jo freunde was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal in dem video zeige ich euch die aufgabe wir müssen ja von sweaty sense nach colossal crops fahren das ist von sweaty ab nach hier am besten nimmt ihr euch reifen rüstet das ganze auto einmal auf weil es gibt keine gerade strecke nach colossal wir müssen über die wiese über wasser über steine fahren hier werde ich noch mal angegriffen so überleben wir das ja ich glaube schon wichtig bei dieser aufgabe also meiner meinung nach macht euch die reifen aufs auto rauf und ja dann könnt ihr einfach mal über die wiese fahren über wasser und wichtig noch ihr dürft das auto auf gar keinen fall verlassen sonst zählt die aufgabe nicht ja so und wichtig kein unfall machen weil sonst fliegt ja auch aus dem auto das wollen wir ja nicht so da fahren wir mal einfach nicht auf der straße sondern auf der wiese hier auf dem orangenen auf der wüste so noch 500 meter hier müsst ihr auch aufpassen einfach übers wasser fahren schnell zack zack so wie ich gerade hier sehe kommt die zone ich weiß nicht ob wir das schaffen aber ich hoffe dass wir es schaffen einfach weiter fahren ohne ablenken zu lassen noch 250 meter das wird knapp das wird auf jeden fall knapp bei dem auto auch aufpassen das hilft immer super doll so aber jetzt haben wir es glaube ich geschafft ja perfekt so habt ihr auf jeden fall die aufgabe fertig einfach von 20 nach colossal crops fahren da ist die aufgabe falls euch das gefallen hat das gerne abo und da habt ihr auch das geht auch